Ja, heute hier ein Böker Range Buster Damast. Hier eine kleine LSB-Ware. Habe ich Pech gehabt. Holzgriffschalen, schön alles genietet. Von der Größe her vergleichbar mit dem kleinen Anker. Beides natürlich aus Slip-Join-Folder. Und das auch hier mit 73 Lagen Damast. Meine Frage, welches würdet ihr nehmen? Welches findet ihr schöner? Teilt es mir gerne mit. Ich finde beide ziemlich geil. Wo ich sagen muss, das hat ein bisschen mehr Hosentaschenzeit als das hier. Obwohl ich wirklich, wirklich zufrieden bin mit allen beiden. Das war's.